Hallo Leute, was geht und willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Ja, und zwar zum neuen Unboxing auf diesem Kanal. Ja, Leute, ich würde sagen, starten wir nach dem Intro. Los geht's. Ja, Leute, ich habe mir die Assassin's Creed Origins Odyssey Alexios Figur geholt, Leute. Ja, ich habe mir Alexios geholt, vielleicht sieht man es schon. Also noch ein Beschrieb von Alexios, aber wir wissen ja, dass Alexios ein Söldner ist. Ja, ich würde sagen, schnacken wir gar nicht um den grossen Brei, Leute. Warum ist das immer so verklebt? Ah, Mann, ah, cool. Ja, ich muss genauer, ich muss piepsen. Okay, Leute. Ja, wenn ihr mehr so Real Life nicht mehr sehen wollt, gebt mir jetzt einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch sehen wollt. Real Life. Ja, neben Challenges und, und, und. Natürlich können wir gerne auch Challenges in die Kommentare schreiben, Leute. Ja, ich werde jetzt hier nichts zerstören, zerstört habe ich. Okay, jetzt rechts. Alles klar, es geht ab. Kollege. Kollege, komm zu mir. Komm zu Papa. Alexios, komm zu Papa. Oh mein Gott, diese grössere Halssicht, die wurden mir vorgestellt. Egal, was. Gehen wir mal, ähm. Kommt dann vielleicht noch ein Zusatzvideo, vielleicht aber nur. Schreibt mir wirklich, äh, Fragen unter dem Hashtag, ähm, fraglodenix. Und stellt mir ein paar Themen, was ich mal ansprechen soll. Mit dem Hashtag, lodenix talkt. In den Kommentaren, Leute, dann kann ich wirklich mal das Format starten, weil ich mache schon lange mal ein neues Format auf diesem Kanal. Warten wir, Real Life bringen. Ja, bringen, genau. Oh mein Gott, ist die nice. Oh, was haben wir da noch? Der Speer von Leonidas. Oha, oha. Kika, Kika, das ist der Speer von, den habe ich, den habe ich hier auch, den kann ich gleich sonst noch zeigen. Den habe ich auch, zufälligerweise, hehehe, nicht. Okay, lobe. Da kann ich ja gar nicht reinstecken. What? What going on? Äh, lol. Ich will jetzt nichts zerstören. Alter, nee. Hör auf. Hör auf, alter. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Äh, ehrlich, mal kurz. Ich probiere es erst mal mit dem Schwert. Das ist so. Ja, das ist das Schwert. Ich probiere mir jetzt den mal als erstes hier reinzuführen. Okay, das hört sich schon jetzt schon, wenn ich das so sage. Hey. Hä? Alles klar. Stopp. Leute, jetzt ernsthaft. Was ist das für eine Scheisse? Hat mich zu früh gefreut, Leute. Ich hasse das, wisst ihr das? Solche Dinge hasse ich, wo du gar nicht richtig reinstecken kannst. Junge, was mache ich? Nee, der Pupschen. Okay, egal. Das gehört nicht mehr zum Video. Das schaue ich später an. Aber so sieht die Figur aus, Leute. Wirklich mega nice. Ich muss sagen, wirklich geil. Aber ja, Leute, ich wollte auch noch den Speer von Leonidas zeigen. Und den habe ich natürlich auch. Den habe ich auch. Wer will es mit mir anlegen? Ja, ich habe den Speer von Leonidas. Der ist auch mega nice, Leute. Wirklich ein Hammerstück. Und wenn ich an dieser Stelle sage, was es von diesem Video, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Hau drei und ciao, ciao. Bo- Boa- 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 Boa-